Alles Liebe aus Los Angeles. Also ich finde die Idee zu deiner neuen Show Perfect Day einfach klasse. Und ich möchte natürlich auch was dazu beitragen, Menschen in Not zu helfen. Also biete ich hier mit dem meistbietenden einen Tag und eine Nacht in New York, New York, meiner Lieblingsstadt. Und wir werden dem Gewinner oder der Gewinnerin die tollsten Nightclubs und Diskotheken vorführen. Und wenn Interesse an Sehenswürdigkeiten besteht, klappern wir die natürlich auch ab. Also es wird echt super und ich hoffe, ihr bietet richtig schön viel Geld für diesen Einsatz. Und ich sehe euch dann mit Thomas D. im Big Apple, New York, New York. Bye und viel, viel, viel Glück zu deiner neuen Show, Wolfgang.